Hey Leute, hier ist Daldemar zurück mit Song of Iron. Weiter geht's. Wir haben einfach mal gerade Thor gesehen. Aktiviere Feuer auf deine Waffe. Kostet das irgendwas? Mana oder so? Alter, hier ist ein Schwert. Ja. Cool. Ja, es kostet Feuer. Irgendwas. Der ist gehört. Ja. Oh, das war knapp. Nix da, Freundchen. Das gibt's ja nicht. Ich muss einfach nur rollen. Die hauen sich alle gegenseitig mal tot. Aber immer noch drei Schlage, egal ob's ein Schwert ist oder sonst was. Die Lebensenergie schwindet ein wenig. Ich muss schon mal ein bisschen langsamer machen, glaube ich. Ich glaube, ich kann noch Feuer auf... Ach, das war... Ja, jetzt mal so. Naja, keine Ahnung. Man kann auch Feuerpfeiler machen. Oh, das gibt's ja... Oh, das gibt's ja überhaupt gerade schlagen. Oh, oh. Nein! Ach, jetzt bin ich zu denen gerollt. Was ist das hier? Dark Souls. So, ihr Lappen, jetzt reicht's. Ich bin sauer! Ja, sauer mal im Einsatz. Ist ja ausgewöhnlich, ich fasse es nicht. Nix da, Freundchen! Oh, scheiße! Willkommen zurück in der Realität! Nix da, Freundchen. Okay, warte, 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 Sekunde. Vielleicht bleib ich doch beim Zweihinder, weil... Ist das jetzt ein Save-Punkt hier oder sowas? Das gibt's doch nicht. Ich spring doch immer wieder. Ich gerad doch immer in Panik! Immer! Fang an zu springen! Fang an zu springen! Wie in so nem Ego-Shooter. Los, hoch! Das ist ja so. Äh, der hat nen Speer. Nein, nicht... Oh, Mann, ey! Mist, das nen Bogenschütze. Toll. Okay, dann machen wir's so. Man darf nie zweimal schlagen, weil... Man ist immer in der Animation, steckt man fest. Und das hasse ich. Ich hasse es, wenn du Angriffe nicht abbrechen kannst, ja? Und das ist das Wichtige, was Mountain Blade immer so'n cooles Nachkampfsystem macht. Du kannst die Angriffe abbrechen. Radka! Oh, das ist bestimmt die rechte Hand von König Wolfric, der unser Dorf abgefackelt hat. Wie sie... Wie sie es wünschen. Hä? Hallo? Ja, ich kann nicht an ihm vorbei rollen anscheinend. Vielleicht geht das nicht, wenn er blockt, aber bei den anderen ging's doch, oder? Gut, dann heißt das wohl Duell. Leider. Dann nochmal. Na, endlich. Man muss ja mal Jahre warten, bis du schießt. Boah! Nix da. Es gibt so'n paar Sachen, die würde ich mir wünschen. Die Möglichkeit haben, Angriffe abzubrechen. Und dass man, wenn man den Schild hat, mit nach rechts oder links gucken, blocken könnte. Das fehlt. Das kann man nicht. Okay, Radka, du Lappen. Los geht's. Wie sie es wünschen. Ah, Mann! Komm schon! Ist Simon dagegen? Okay. Okay. Muss er mich runter... Woaa! Ach, das war! Ich musste! Ich bin geflohen vor Radka, das gibt's doch nicht, ich Feigling. Wie kann ich nur... Ja, ich kann keine Heldenrolle erfolgreich ausführen und schon ist der Kampf verloren. Guck mal, er lacht! Der Sack! Gibt's doch nicht. Also Standard in Spielen finde ich. Was mit Nahkampf betrifft. Das ist super wichtig. Wenn ich blocke, will ich auch während ich blocke, nach links oder rechts blocken können. Aber ne, ich muss den abbrechen, dann gucken, dann wieder blocken. Und wenn ich den Bogen habe, kann ich nicht mich drehen. Ja? Man steckt fest in einem Spiel, wo man flüssig agieren muss. So, und das sind zwei krasse Kritikpunkte. Also das macht... Und wenn man schlägt, muss man die Möglichkeit haben, den Angriff abzubrechen. Aber man steckt... Man steckt quasi in einer Nachkaufanimation fest. Oder wenn man mehrmals klickt... Naja, egal. Das sind immer so Sachen, die ich finde... Die machen das ein bisschen smoother, ja? Äh... Hä? Wir haben das Schwert doch schon. Oh, guck mal, ein Dach. Und Bär. Du willst doch nur was trinken, oder? Du willst doch nur was trinken, oder? Nicht? Ah, oh Gott! Na gut, wir machen das als das Übliche, ja? Guck mal, die Pfeile folgen... Guck mal! Zielsuchende Pfeile. Das macht alles einfacher. Okay. Das nicht. Yeah! Tut mir ein bisschen leid, aber... Er wollte es ja nicht anders. Wusch! Oh nein, eine Höhle. Ich will eigentlich gar nicht. Ne, warte mal, hä? Warte mal, warum soll ich das Ding hier rausschieben können... wollen? Gibt's dazu irgendeinen Grund? Gibt's dazu irgendeinen Grund? Man weiß ja nie! Ne, da ist doch nichts gewesen, oder? Ah, nee. Warte mal. Jetzt wäre ich beinahe so gesprungen. Oh, oh! Warte mal, hä? Ja? Das ist Onyx. Uh... Warte mal. Warte mal. Also weiter geht das hier auch nicht und da ist auch so'n Stopper, oder? Brauche ich jetzt doch... Das kleine Ding hier, um das da rüber zu schieben, aber es... Oder hätte das Große da drüber... Warte mal. Ich kann das kleine nach vorne schieben, ich trottel. Jetzt habe ich das so weit weggeschoben. Es tut mir leid, Würfli. Ich guck trotzdem mal kurz. Ne, da ist nix. Komm zurück in deine Höhle! So ist gut. Ne, das geht auch nicht weiter. Verstehe ich nicht. Ach, da oben! Das wusste ich. Das wusste ich. Keine Sorge. Ah. Wieder am rumhackeln. Jetzt fährt es durch ein Loch. Betten? Okay. Ich glaube, das ist falsch rum, aber wir werden es sehen. Häppu! Oh, na toll. Klassisch. Da war ein Pfeil, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich sehe es schon. Ich hab mich doch nur gestriffen, Mann. Ich war doch schon so schnell. Ich hätte vielleicht rutschen sollen. Ne, ne, ne. Wir müssen, oder sollen wir mit? Ich glaube, mit wäre vielleicht auch gut. Vielleicht echt besser. Meine Güte. Oh! 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 Scheiße! Mann! Mann! So, komm. Ne, wir wollen ja mitlaufen. Guck mal, ich hätte einmal durchlaufen können damit. Nein, 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 warte. Oh, pfff! Was? Ich fall nicht in den Todesboden? Okay, ich dachte jetzt hier, wir fallen irgendwie in so ein Riesenloch oder so. Nee, dann halt nicht. Okay, nochmal. Wir kriegen hier einen Hammer, oder? Oh, eine Rüstung! Aber die leuchtet nicht, wenn ich das anmache. Na gut. Dann müssen wir wieder raus. Aktivieren Sie Rüstung, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Okay, wow, Speedbuff. Ich dachte irgendwas Cooles. Ach, zum Springen. Speedbuff aktivieren! Und er bekam eine Rüstung, wo er sehr schnell ist. Und dann starb er deswegen. Ah, ich hab sie hier. Na toll. Und nochmal. Hö! Ich sollte einfach nicht schnell machen, ja? Wir haben die Zeit der Welt. So. So. Alter. Also, Rennen ist auf jeden Fall nicht so das Ding. Okay. Scheiß auf die Rüstung. Scheiß auf schnell rennen. Nur wenn's sein muss. Oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist... Nee, nee, nee. Lieber nur mal sicher, ne? Ach, hier ist das sowieso egal. Und jetzt? Ach, jetzt kann ich da oben drüber springen. Warte mal. Da oben war doch auch ein Loch. Muss ich da schon wieder rausziehen. Äh. Da, ne? Ja, warte eine Sekunde. Es ist ein bisschen Banane. Ich weiß nicht. Die Rüstung wieder anfängt zu leuchten. Hör! Nein! Und nochmal durch diese Scheiße. Das wäre jetzt schon gut, das Ding wieder auszumachen. Sorry, aber sowas hasse ich ja, ne? Ich weiß nicht, wo das Spaß machen soll. Das sind so richtige Oldschool-Spaßkiller. Weißt du? Das gab's schon damals bei Spielen. Ich weiß nicht, wie Leute das heute noch bei Spielen machen können. Dass man irgendwo runterfällt, dass man die ganze Scheiße von vorne laufen muss. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Aber sowas gibt's wahrscheinlich nur noch bei Spielen. Und los geht's. Beim letzten Drücker geht's. Hör! Hä? Hör! Okay, und jetzt? Hier? Aha. Jetzt müssen wir da drüber springen. Müssen wir da hoch? Nee, wir können da weiter, oder? Nee. Nee, wir müssen da hoch. Alter, unten kommt lieber der Krieger! Scheiße, wir müssen weiter. Turbo-Turbo-Mode! Oh, oh. Wir haben überlebt. Kein Problem. Jetzt habe ich noch mehr Rüstungszeile. Jetzt sind sie noch schärfer auf mich. Okay, ich habe verstanden. Blöden Lappen. Okay. Ich habe verstanden. Sollte mehr mit Dash arbeiten. Ja, Dash ist auf jeden Fall besser. So, ich... Haben die noch Pfeile? Dankeschön! Haben die einfach meine Pfeile behalten? Ich bin gespannt, was ich sonst noch bekomme. Endlich wieder kämpfen. Gott sei Dank. Es wurde schon langsam echt langweilig. Ich brauche noch mehr Gegner. Noch mehr! Was gibt es nichts Schöneres als das? Ach, der hat einen Speer. Da kann ich nicht dashen. Wie so ein Psycho! Ja, dankeschön. Und, können wir hier 300? Ja, genau. Wir machen einen 300er. Den zu werfen, ist bestimmt richtig cool. Okay. Komm schon, ich brauche einen Gegner. Ich will das Ding werfen. Ich glaube, der Speer ist richtig cool. War da noch einer? Was gibt's denn nicht? Was gibt's denn nicht? Ah, uh, uh! Ah! Mein Rücken! Oh nein! Ähm! Wir können über alles reden! Mich schon wieder töten, bitte! Kleinen, miesen Lappen! Ich brauche den Speer unbedingt hier. Den müssen wir hier sowas schon behalten. Die scheiß kleinen Höhlen-Gremlins. Guck ich nach links gehen. Ich brauche mal ein bisschen Licht hier. Hm. Und jetzt? Okay. Warte mal. Ja! Und jetzt wieder nach rechts? Ah, wir können hier hoch. Im Zweifel immer klettern. Kletter mal im Einsatz. Oh je. Alter, wo sind wir denn bitte? Zwergenhöhlen? Die haben das bestimmt nicht gebaut. Ich glaube, die Typen würden eher in ihrem Pups riechen und in Ohnmacht fallen, wie der Affe in diesem Video. Das ist wahrscheinlich alles, was sie können. Oh, wir sind drüber gesprungen! Ja, ich meine, das ist der Bogenschütze. Komm, lass mich den doch one-hitten. Okay, drei Schläge. Vielleicht werfen wir den Speer, wie gut ist. Guck mal, wir laufen auch auf normaler Geschwlichkeit. Wir müssen gar nicht rennen. Also ich drücke einfach nur W. Oh ne, ne. Never mind. Bitte Brücke nicht einstürzen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das haben wir. Reicht nämlich jetzt? Na toll, so viel dazu. Ach, das gibt's doch nicht. Auf der Distanz vielleicht? So, jetzt kämpfen wir lieber mit einer Waffe. Einhänder meine ich. Oh, halt! Nein! Nein! Boah, komm schon! Ich bin der Beste. Dann werfe ich den Speer wieder drüber. Ach, Mann! Okay, so viel dazu. Komm schon, rollen! Ach! Diese bescheuerte Angriffstreichweite. So, und jetzt? Warte, erstmal Pfeile. Wahrscheinlich muss ich gegen das Tor springen. Da oben ist einer. Bogenschütze. Okay. Vielleicht renne ich einfach ins Tor. Ich renne einfach den vorbei ins Tor. Wetten, ich kann das nicht und es ist eine unsichtbare Wand. Und? Wusch. Ja, das ist der Spawn. The Spawn. Ich hätte nicht das Ding schon wieder machen sollen, aber er hat einen schönen Licht. Guck mal, kriegen wir eine Halbklasse vorne. Und er hat mich nochmal. Also, warte mal. Ja, siehste! Siehste! Ich kenne doch die Spiele. Soll ich es anzünden? Ich meine... Nö. Und jetzt? Ich falle runter. Ja, toll. Ja, gut. Dann hören wir erstmal hier auf. Liebe Leute, das war Song of Iron. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Oder, äh... Auch nicht. Wir werden gucken. Das war jetzt erstmal nur angespielt. Ich wollte eigentlich nur eine Folge machen, aber wir gucken mal, ja? Wie es bei euch ankommt und dann sehen wir weiter. Und bis dahin wie immer. Haut rein! Also, bei euch. Und bis dann! Bis zum nächsten Mal.